WTF Aber ich hab nicht... Oh, ich hab einmal die verkackte Lederhose an! Flori, Flori, ich weiß nicht ob das schon mitgekriezt hat, aber ich hab mich richtig auf die Suche gemacht nach dem Fährt Und dann bin ich voll ausgetickt, weil ich keins gefunden habe Da hab ich mich auf den Rückweg gemacht Hab gesagt, ja, ich finde alles außer den Fährt Jetzt finde ich wahrscheinlich gleich noch ne Schlucht Zack, hab ich ne Schlucht und ne Dorf Zack, hab ich ne Schlucht gefunden Und direkt danach dachte ich, wir am alten Dorf Da finde ich ein neues Dorf Und äh... Ich hab das zuvor gestellt, aber ich weiß nicht mehr wie es geht Geht das so? Mach dir wohl! Flo, wie ging nochmal das Lass hoch? Äh... Woller wieder abgehen? Nein, wieder abgehen! Aber! Am Arsch! Ja, oben links in der Ecke 1, dann da drunter und rechts von dem oben links 1 Ja... Ein String In der Mitte nen Slimeball Und unten rechts nochmal ein String Äh... Okay... Dann ist es so... Ja, Flo hat recht, es gibt sogar 2! Cool, dann mach ich mich jetzt auf 3D! Ey, der Esel hat ja gar keinen Sattel! Nein, den hab ich ja weggenommen, weil sonst kann... Jetzt kann ich nämlich 2 Pferde mitnehmen! Was hast du denn da reingeklatt? Ja, alles mögliche! Ich mach mich dann nochmal auf den Weg, ne? Alter, der hat ja kaum Slots! Ja, ist doch egal, man, der kann nochmal... Also, der kann nochmal so viel transportieren, halt! Das kam mir gerade voll... voll cool kam mir das gerade! Dann konnte ich nämlich mehr... Mein Gott, ich will nicht auf dem Esel die Tiere füttern! Ach, das werden die Schweine gehegelt! Ja, die fütter ich doch auch, du Trottel! Ja, aber da bist du nicht unbedingt auf den Öl, aber da kannst du ihn sehen! Ja, Tobi kann es auch mit ihren Lieber machen! Oh! Oh, da ist der Schafel gerade abgekackt! So, dann mach ich mich jetzt nochmal auf den Weg! Äh, das ist bei 2.000... Ja, wer will ficken, äh, wer will ficken, äh... Boah, langweilig! Boah, Alter, da haben wir beide noch ein Pferd! Die muss ich jetzt erstmal... Ja, am Arsch, am Arsch, am Arsch, am Arsch, dann verteile ich euch so! Genügt! Ich hab' genügt Schafe zu oben, hast du gehört? Ja! Wir müssen verhärmen! Tobi, wir machen uns dann da so eine bescheuerte Pferdekoppel, wo wir die dann alle an so einem Zaun anleihen, ne? Boah, Alter, ich könnte jetzt so den geilen! Boah, mach doch einen Stall! Ja, ja, ja... Ja, okay! Haha, Screenshot! Keine schlechte Idee! No way! Alter, drei Creeper... Das soll ich verarschen! Drei Creeper auf einmal! Gerade keinen Bock, Leute, ich muss Pferde holen! Ach, wie viele Zombies... Hey, ey, ey, Creeper wollen wir ein Team machen? Über Team! Da muss... Tobi, das muss dem aber auch anzeigen, dass der Team willst, ne? Da hab ich... Ach so, okay. Durchwärtslaufen vor dem Creeper weg! Normalerweise reagiert er darauf. Ich mach's jetzt... Ich mach's jetzt hier auch immer bei denen, zwei, dann hol ich noch ein Skelett dazu und dann verrate ich den Creeper. Komm, hier! Team! Nein! Hilfe! Ich hab die ein bisschen zu nahe kommen lassen. Das besserst du! Nein, ich hab die nicht explodieren lassen. Aber er kam halt ein bisschen nahe, deswegen... Lol! Ja, schneidet mir doch alle den Weg ab, ihr beschissene Creeper! Jetzt musste ich wegen euch ins Wasser springen! Woah! Ich hab' mir fest vorgenommen, bis Weihnachten nicht mehr zu duschen, jetzt muss ich vor den Creepern ins Wasser springen. Das ist echt... Mein Gott, Tor, mehr! Das ist ja Rekord, dass du mal vor Weihnachten duscht! Ja, oder? Ich hab' dann nicht... Nee, das seht ihr auch im Real-Life, der hat der Tobi doch auch gesagt, also... Ich mach' gerade so eine Challenge, ne? Leute, wisst Bescheid ich dusche nicht, also besser nicht drassen Der Abonnent, der uns getroffen hat, der tat nichts mehr Leid Ich weiß nicht, wie der Tobi das aushält da müsst ihr mal fragen Ich hab mich doch nicht reden Oh, Spider-Dingens, oder? Ja, ja, stimmt Ja, so exakt Oder das Tierbund, ne? Alter, wie viele Kürbisse bei uns in der Landschaft rumstehen Oho Kollegen, ich bin gleich da Oh mein Gott, sie kriegen Pferde Und Esel Ja, der hat leider keine Unendlichkeit, sonst würde ich den Ort benutzen Aua Au! Leute, wie viele! Alter haben die Städte schießen dieses bescheuertes Gelächter ist reist worüber er explodiert so kann in die Ferne ich bin weg ich hoffe dass die Ferne noch stehen und das ist wenn er nicht mehr gelaufen Wormdobel. Wir pflegen euch total super, prima, da sind sie, juhu. So, jetzt heißt es erstmal die ganzen Mobs in der Umgebung, damit wir nicht die Pferde wegsprengen. Zwei Creeperchen, ein blödes Zombie, zack, zack. Ich will auch so ein Hammerschwer, Torben, das könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Oder ist noch ein Bremmerfall? Ja, also ich mach jetzt erstmal hier Pferdchens. Welches hatten die besten Leben hier überhaupt? Die haben schlechte Leben. Der hat ein gutes, glaube ich. Ja, der hat ein gutes. Also die Weißen haben die besten Leben, hab ich festgestellt. Also die meisten. Diese Weißen. Aber der hier hat auch schon... Der hier hat auch schon gut, ne? Ja, komm. Langsam ist jetzt aber gut. Wie lange willst du noch? Nach dem Arsch! Oh nein! Nicht Pferdi abschießen! Stirb. So. Leute, right, right, right creepy? Ja! Es ist bereit für den Sattel. Äh, Sattel! Ich muss vor dem Zombie wegreiten. Sehr gut. Okay, äh, was machen wir jetzt mit dir? Du kommst jetzt hier ans Lasso. Fuck! Ich muss mal eben den Zombie-Killen gehen. Wo ist jetzt? Die Leine. Ach so, die hab ich hier noch. Cool. Ich fress gleich meinen imaginären OP-Apfel, nun mach mich Game-Mode. Scheiße! Ahh... Guck mal, der umrennt d Speaker idea. Jetzt schießt es jetzt. Jaa! Schallplatte! Bam! Juz, jetzt kann ich auch freuen. Ja, hast du scheuer queste? Noa! あっ zur Milchlander die sterben, nicht sterben. Ich bin La sangre konnte nicht sterben. haben was wir in der vorbeilten die stelle wozuverhalten muss aber auch gerade richtig kämpfen also wenn wir es gerade richtig action ich habe noch die erste erleben da kommt so ein ich muss doch die scheiß schallplatte wieder ein woher kommen die viele so alles weg Ferdi hat überlebt aber geil ich bin ja so ein Dödel Ferdi hat überlebt alles gut jetzt nehme ich das nächste Pferd das ist nämlich den Anlass womit ja sicher du Boi Junge wenn du einmal mein Pferd triffst ja dann bist du tot obwohl du auch schon so tot bist Boi ich bin grad voll auf ja komm komm hol noch mehr Creeper du Spaten das ist die Schallplatte Werde zahm du Oldsvieh er darf uns überhaupt sehen kommt erst mal her das ist die Schallplatte jetzt mal ganz im Ernst mir schon so es ist ja ein Pro Pro aber das war eine Reaktion jetzt wie soll ich mir jetzt achten muss ich zurück aber es war auch ein ob O er nicht einmal schafft zwei Fernsteckdruck Tobi also ein Fert Loh ich kann doch eigentlich auch zwei mitnehmen Nein Scheißen Drecke komm mit Pferd Tobi ich reite auf einem Pferd und bring zwei Pferde mit Eck Pferd wir bauen uns eine Pferderarmee auf Pferd ich hatte so eine geile Schallplatte nicht in die Schlucht fallen Pferde das war bestimmt noch voll selten nur er spielt jeder eh nie ab klar wenn wir auf unser so eine geile Juke ja wenn wir auf uns wenn wir auf unseren Zimmern sind und schlafen jeder kommt immer Musik rein und meine 25 Level Prozent 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 Pferde warum habt ihr den Abgang gemacht wo ist das beschissene Lasso nein das könnte ich nicht bringen ach da ist das ok ja dann bring ich nur eins mit Tobi tut mir leid ich kann ja dann auch noch mal eins holen gehen der hat die Schallplatte wow danke lieber Zomi dass du die für mich aufbewahrt hast jungen ich habe die Prozent siehe 4 1 8 Uhr kenne ich nicht also so sehr richtig ich kenne alle Schallplatten aus aber meine Lieblingsschallplatte ist die Kat ja aber und die zweite Frage Tobi Sachsen bitte noch einmal die Koordinaten nein boh Jun ich bringe den Pferd an den 2.000 ok dann weiß ich 2.000 ja ja stimmt ich bin schwer gar kein Pferd mit natürlich ich habe den ich habe für den Schlepptor aber ich hatte vorher 2 aber das ist denn die werden zu schnell wieso habe ich jetzt gerade nur noch 2 PS ich weiß nicht 1 PS gleich 0 PS und jetzt habe ich wieder 6 und 5 ich glaube ich bin also so 60 ist eigentlich meine Stammerz ich glaube ich bin leichter 2 ich bin auf jeden Fall siehst du mich hier gerade in der Ecke mit Hälter aufgrund von und die Fakten es treibt warum ich jetzt treffend gemacht die Stühle Prozent neun Prozent weil es war ich muss in die Richtung nicht aber auch Dödel zu benutzen nein ich bin zudem nicht für den Koordinaten lesen weil hier noch das Pferd ach so dass noch hinten an mir dran kleben klebt es noch mehr also im Moment hält der Kleber er hat das Lassau jetzt hält es nicht mehr weil ich vom Baum gerannt bin Dödel so hier jetzt ist wieder am Lassau dran hier kommen wir nicht durch Pferd wir müssen uns hier durchbauen der Pferd spielt Pferdereiter und Indiana springen uns beiden ein schönes Pferd mit oh yeah oh yeah oh yeah tschüss Flo BAM knallte meine Zimmerpfiff zu Alter Boah Alter Tobi ich bin so cool auf diese Pferde nicht geil der Torb ist so richtig geil auf die Pferde Joa bist du süß nein ich hab sie geschlagen das wurde rot das wurde rot weil ich jetzt geschlagen habe Aua das Pferd ist noch mal Eisenherz das Pferd ist zudem nicht so ja in den in den in den Kisten ne nein in den auf dem Esel ja ja hab ich schon gesagt so Wieso ist das Pferd zu dumm im Berg hoch zu gehen nur weil der Baum da steht kann er nur durchrennen zur Kämpfe ne ja siehst du mein Pferd ey das bewegt sich gar nicht der Esel bewegt sich nicht der ist tot scheiß Esel jetzt muss ich den erstmal schlagen ja die regenerieren ja auch Leben ist das geile aber nur langsam ganz langsam langsam ganz sonst er solltet er ihr wollt gefällt mir nicht Pferd Pferd kommt es kommt immer näher Prozent heute ist es nur aber ihr könnt uns auch mal schreiben wie unsere Welt so bis jetzt äh und was sie für Verbesserungen ist was wir das haben jetzt äh Dinge sind wir sind live auf sein nein nicht live auf sein aktuell sagt was so ja genau um das ist Prozent die Welt wenn wir fertig sind gibt es die Welt natürlich auch als Download auf unserer Homepage aber nur wenn wir die wenn wir die wenn wir die 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 sie sind fertig gespielt haben Tom Ferne stell dich nicht zu dumm an Ach die ist das wie geil welches ist denn das h h h als mit dem Pferd hat man echt Probleme durch den Wald zu reiten das ist so geil wir machen voll die Schallplatten die Schallplatten wir machen die Musikbar auf Scheiße jetzt häng ich wieder im Baum fest komm ne da lang müssen wir hier in die Wüste hier sind keine Bäume gut aber hier sind Kackteilen scheiße aufpassen ich brauch mal kurz meinen Amboss warum auch nein ich wollte er hat um zuerst werden die sich hier gut okay fertig ähm willst du die Behutin nennen Tobi ach so Tobi 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 aber ich bin gerade auf dem Pferd deswegen sehe ich das nicht ich guck gleich mal nach ich hab 5 nicht wehtun Ferdi Ferdinand Ferdinand genau ich nenn den Ferdinand aber nee Name-Tex kann man ja nur in solchen Teilen finden in Dungeons Ferdinand genau so wie Sättel 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 wie soll denn sonst was wo bin ich oder ich hab ich hab fast einen halben Steck Pfeil in der Nacht verbraucht es gibt gar nicht Ferdinand wieso wieso lösten sich dein Sattel mal dein Lassung manchmal